Stichwort Frau Merkel ist gefallen, der Ball liegt in ihrem Feld, das haben die Sozialdemokraten gestern Abend erklärt, ihr eigentlicher Wunschkoalitionspartner. Teile aus ihrer Partei haben jetzt schon in Interviews gesagt, also das können sie sich jetzt gar nicht vorstellen, aber unter guten Demokraten ist doch zumindestens üblich, dass man miteinander spricht, oder? Ja, natürlich ist es üblich, dass man miteinander spricht, das haben wir auch gesagt, dass wir gesprächsbereit sind mit allem, mit allen Demokraten, also mit dieser AfD, die ist ja nun glücklicherweise nicht eingezogen in den Deutschen Bundestag, was sie aber nicht weniger gefährlich macht, mit denen würde ich nicht reden, weil das mit Demokratie nichts am Hut hat. Aber natürlich, wenn Frau Merkel gerne möchte, dann können wir gerne miteinander sondieren.